Stark, oh 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 oh, oh 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 oh, ganz schön stark, 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 hey! Steh auf und lauf, wieder los. Steh auf und lauf wieder. Daniel Kallauch, wie bist du auf die Idee gekommen, was hat dich geritten, diesen Retterverein zu gründen? Naja, ich habe anderen beim Reden zugehört und gemerkt, dass viele die Redewörter und Sprichwendungen durcheinander bringen. Jetzt hast du dich aber verdrückt ausgekehrt. Du bist schöner, 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 als du denkst. Du bist stärker, 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 als du glaubst. Du bist schlauer, 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 als du weißt. Du bist einfach. Papa, Papa, Superman, weht euch meinen Papa an. Papa, Papa, Superman, egal was es er packt ist an. Daniel Kallauch, ich habe mich auf den Hosenboden gesetzt und extra für diese Sendung eine neue Erfindung erfunden. Leg los. Ich bin doch kein Huhn. Mok, 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 mok. Wow, Daniel Kallauch, da wird was draus. Hallo aus dem Zoo. Ich stehe hier bei den Elefanten. Vor mir ein riesiger grauer Berg. Hallo, Elefant. Bist du der Benjamin? Benjamin? Aha, alles klar. Du bist also der Rüdiger. Zoll, es ist toll, dass es Mama gibt, die mich verbügt und ganz doll liebt, bis zum Mond und wieder zurück. Mama, du bist ein Glück. Genau. Einzig, einzigartig, du bist einzigartig, einzigartig auf der Welt. Oh, 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 einzigartig. Mit dir im Herzen lebe ich weiter, ohne dich doch nicht allein. Mit dir im Herzen. Wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Wenn du mich brauchst, dann bin ich nah bei dir, wenn du mich brauchst. Und? Gute Besserung. Werde schnell gesund. Gute Besserung. Das Leben ist so bunt. Gute Besserung. Verliere nicht genug. So, und schon kommen wir auf die Zielgerade unserer Sendung hier bei... Antenne-Spaßvogel. Ich fand es sehr interessant, mit dir zu reden, du alte Plaudertasche. Mein Gott ist bei mir in der Nacht. Das hat er immer schon gemacht. Weil er mich mag. Vielen Dank. Vielen Dank.